Servus Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator auf der Südthüringen Map und wir sind hier schon an unserem Ziel, nämlich bei den Gewächshäusern. Wir wollen hier jetzt mal die Gewächshausproduktion starten und mir fällt gerade ein, ich habe doch richtig geladen. Wir werden zuerst mal hier bei den Tomaten starten. Ach, ihr seht gar nichts. So, Tomaten brauchen leere Paletten, Kompost, Wasser und Leerkartons. Das ist bei allen Gewächshäusern gleich. Also ihr braucht überall das gleiche. Hier haben wir Blumenkohl, leere Paletten, Kompostwasser und Kartons. Warte mal, ne, warte, da ist ein Unterschied. Hier brauchen wir. Cardboard Pallets. Und hier brauchen wir leere Kartonpaletten. Leerkarton. Na, ich hoffe mal, ich habe hier die richtigen dabei. Ich gehe mal kurz gucken, ob es die richtigen sind, weil hier habe ich schon mal, das sind die richtigen. Okay, passt. So, ich habe uns hier schon alles hingestellt. Den LKW mit den Paletten, den Glas mit dem Kompost und den Masse mit dem Wasser. Wir werden jetzt erstmal das Wasser auffüllen. Nein! Er hängt fest, oder was? Habe ich ja gut geplant. So, dann steigen wir halt mal in den Glas ein. Machen wir erst den Kompost weg. Wenn ihr diese Map spielt, werdet ihr wahrscheinlich auch ein Problem bekommen. Und zwar, dass ihr hier, wenn ihr den Kompost aus der Raffinerie nehmt, dass es der falsche Kompost ist. Jetzt bin ich aber gleich ein bisschen verärgert, wenn das hier jetzt der falsche ist. Hä? Also, ich habe hier nämlich probiert. Ich zeige es euch einfach. Ich habe hier im Singleplayer die Produktion hier gestartet. Und das ist Erdbeeren. Da habe ich probiert, den Kompost reinzumachen. Und das hat nicht funktioniert. Ups. Also, den Original-Kompost. Ah, ich bin nicht... Ich bin nicht am Gerät. Aber der geht jetzt trotzdem nicht. Ey, willst du mich verarschen? So, ich habe jetzt nochmal in der Vehicles-Datei, ähm, den Kompost in Forage geändert. Oder wie auch immer das heißt. Ähm, und ich kriege hier immer noch nicht. Ähm, die... Den Kompost rein. Ist ein bisschen komisch. Weil ich war mir eigentlich sicher, dass ich das bei mir... Und der hat sich so festgefallen, das gibt es auch nicht. dass ich das geändert hatte. Und es dann ging. Ja, toll. Jetzt fahre ich denn so weit um die Ecke, dass ich da nicht mehr anhängen kann. Äh, hier kriege ich jetzt aber irgendwie keinen Abladetrigger angezeigt. Ey, was ist denn hier los? Fängt ja mal gut an hier. Das doofe Wasserfass hängt fest. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich will doch bloß das scheiß Wasser ausladen. So, jetzt. So. Es war eine schwere Geburt. So, wir machen jetzt hier mal einfach bei dem Tomatenwasser rein. Dann kommen wir auch nicht rein. Ey, willst du mich verarschen? Hä, das ist aber komisch. Warte mal. Ich kriege hier nicht mal das Wasser rein. Ah, doch, hier jetzt. So. Dann können wir hier die Paletten abladen. Was ein Rumgemache hier. Okay, Palettensammler sind voll. Müssen wir uns nachher drum kümmern. Jetzt hoffe ich erstmal, dass ich hier irgendwie zurechtkomme. Das ist alles ein bisschen sehr beengt hier. Also, da müssen wir uns zukünftig wohl eine andere Alternative einfallen lassen. Ähm. Geht nur eine Palette rein, wenn sie mich... Ey, das Spiel will doch heute ein paar Spuren mit mir machen. Also, hier müssen wir uns zukünftig was anderes überlegen, wie wir die Paletten besser hier rein kriegen. Da werden wir uns vielleicht so einen Mini-Loader anschaffen. Weil mit dem Aufleger hier die ganze Zeit so rangieren, ist a little bit ätzend. So. Ähm. Ableitet irgendwer ist noch an. So. Das hat schon mal funktioniert. Das ist, äh, positiv. Dann können wir den hier wieder wegfahren. Da gehen nämlich 20.000, 20.000 Liter Wasser gehen rein. Und pro, ähm, pro, ähm, Anlage, pro Gewächshaus. Ups. So, und ich probiere jetzt nochmal den Kompost hier rein zu machen. Wenn das nämlich nix wird, dann haben wir ein Problem. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das da rein gemacht hab. Vielleicht geht das auch einfach nicht mit dem Container. Könnte natürlich auch sein. Der zeigt mir keinen Ablade-Tricker an. Das ist das komische daran. Na, wir müssen hier nicht alles abhängen. Also, ich vermute, wir müssen hier, äh, mit einem anderen Trailer hin. Aber das wäre ganz schön doof. Weil ich im Moment gar nicht weiß, äh, mit welchem. Und ich find hier, ich find hier keinen Schicker. Äh. So, na dann, machen wir was anderes. Wir schicken den jetzt nochmal nach Hause. Und zwar ist die Linie Hof-Deuker-Hof. Die führt hier nämlich vorbei. Total. Ups. Jetzt, äh, Abfahrer einstellen. Zu Hause warten. So, und dann werden wir, äh, probieren, dass wir da was anderes, äh, dranhängen. Äh, dass wir das irgendwie umladen in einen anderen Auflieger. Den hier können wir auch schon wieder heimschicken. So, und dann der letzte noch hier. Der steht in den Bäumen. Ah, und jetzt, was bleibt hängen? Die Palette, oder wie? Ich werde aber probieren, die hier nochmal abzuladen. Ja, also, geht doch. Ist soweit alles gefüllt, bis auf den Kompost. Äh, das kriegen wir vielleicht diese Folge sogar noch hin. Müssen wir mal schauen. Ähm. Äh, Gewächshaus. Haben wir da schon? Gewächs, Wasser, Gemüse, Hof. Wir machen auch mal die Linie. Müssen aber dann im nächsten Ort, äh, im nächsten Ort die Route ändern. So, und wir kümmern uns jetzt mal kurz mit dem hier um die Hackschnitzel, weil hier ist voll. Und die Paletten sind auch alle schon wieder voll. So. Kartonwerk brauchen nämlich Hackschnitzel. Und dann könnten wir eigentlich gleich den hier nehmen. Um, ähm, zu gucken, ob wir damit den Kompost wegkriegen. Wir fahren damit mal so einen Shop. Also, wie ihr seht, ich habe hier noch zig neue, äh, Strecken eingefahren. So, ich sollte nur kurz mal nach dem LKW gucken. Wo der denn gerade ist. Okay, der hat nur ein Stück. Die fahren gut hinterher. Das funktioniert alles. Das finde ich klasse. Äh, den hier brauchen wir auch. Ich hoffe mal, ich hatte, glaube ich, hier eine Schaufel gekauft. Ich hoffe mal, dass sie auch noch hier ist. Wenn die Schaufel nämlich nicht da ist. Oder habe ich die verkauft? Nein, das wäre, das wäre doof. Ne, ich glaube, da hinten. Die stand da hinten. Das weiß ich noch. Aber da steht sie nicht mehr. Nein. So, das hier auch zum Hof. Äh, zum Händler. So, dann. Er fährt zum Händler. Er ist beim Hof angekommen. Den können wir hier mal gleich wieder umdrehen lassen. Der soll nämlich zum Händler fahren. Hofshop. So, gut. Äh. Kann mal gucken, ob wir noch ein bisschen Kredit kriegen. Um uns diese Schaufel kaufen zu können. Ach, die kostet bloß 2000. Okay. Gut. Solange die jetzt hier mal äh, zum Shop noch alle fahren, werde ich mal kurz nach unseren Schafen gucken, weil wir können hier endlich, man sieht es auf der Wiese, wir können hier jetzt endlich mal, äh, Gras sammeln. Da ist nicht viel, was weggeht, aber ein bisschen was. Oder auch nicht. Warum kriege ich kein Gras? Warum kriege ich kein Gras? Oh, der ist da doof. Wir kriegen immer noch kein Gras für unsere Schafe. Ich dachte, das geht jetzt. Also, das Gras sieht, sah zumindest vielversprechend aus. Oder sind wir hier auf einem falschen Feld? Ich gehe mal gerade gucken, ob da hinten was möglich ist. Ich hatte jetzt wirklich gedacht, wir können hier, äh, Gras mähen. Weil das sah doch, sieht doch eigentlich so aus, als wäre da was gewachsen. Oh, hier geht nix. Sehr schade. So, wo sind wir hier denn? Abfahre entlassen. Den hier können wir nämlich, ähm, nee, den lassen wir hier mal stehen. Den brauchen wir jetzt auch nicht. Äh, der hier. Töp, 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 töp. Der ist angekommen. So, dann machen wir hier mal die ganze Schose raus. Ist da nicht viel, was da rauskommt? Also, hier abladen. Also, das geht eigentlich schon. Dann brauchen wir den hier. So viel nur, um wegen so ein bisschen Kompost. Ich sage noch eine Gabel, äh, eine Schaufel angeschafft. So, dann laden wir den Kompost hier mal rein. So, dann restricted die Kompost. So Claro ist ein little, ich sage eigentlich in Kompost, sie will hier so knal early das Kompost hier los substantial. So. So, und den können wir schon wieder zurückschicken zum Sägewerk. Äh, Shop, Sägewerk, das funktioniert inzwischen auch gut. Und den hier schicke ich jetzt mal kurz, äh, mit einem Cut zwischendrin zum, zur Doika, also zum Gemüsehändler. Äh, Gemüse, zu den Gemüsebeben. So, müssen wir überlegen. Wir fahren über Kompost und dann stellen wir die Route um. Gut. Bis gleich. Da bin ich wieder. So, wir haben das jetzt in den Krampe, äh, Kipper Bandit 750 reingekippt. Habt ihr ja noch gesehen. Und wenn wir jetzt hier schon allein nur dran vorbeifahren, sehen wir hier rechts unten eben einen Trigger. Also, es lag wirklich an dem Kipper und was ich jetzt auch gesehen habe ist, wir müssen das auf jeden Fall nicht ändern, sondern wir können einfach das hier abladen und dann machen wir das doch auch. Hallo? Warum will denn das jetzt nicht? Ihr auskippen. Hallo? Der sagt auskippen, aber es geht nicht. Müssen wir jetzt doch das Teil ändern. Sieht so aus. Falsches ist gut drin. Also, ähm, ihr müsst in die Vehicles Datei hier, wenn ihr diesen Kompost hier unten, wenn ihr dieses Symbol habt, und dann müsst ihr einfach nach Forage suchen. Ich schreibe es euch unten auch mal ins Video rein. Ähm, und wenn ihr das dann habt, dann müsst ihr das ändern in Kompost, und zwar mit C. Schreibe ich euch auch dazu. Äh, und dann wird es bei euch funktionieren. Und darum muss ich jetzt nochmal kurz einen Cut machen. Wie ihr jetzt seht, habt ihr hier hinten, äh, eine andere Sache drin. Ja, die ist jetzt, äh, dunkelbraun, nicht mehr hellbraun, und wir haben hier unten ein anderes Symbol. Ähm, und jetzt probieren wir einfach nochmal hier abzuladen. Und jetzt funktioniert das Ganze auch. Ja, das ist schon der ganze Trick dabei. Wie gesagt, ähm, ich weiß nicht, wie ihr sonst den Kompost verändern könnt. Also, wenn wir hier jetzt auch reingucken, dann steht auch alles drin. 2222 Kompost und Leerpaletten, Wasser und leere Kartonpalette. Haben wir alles drin. Und somit startet jetzt unsere Produktion. Wir stehen hier aber wahrscheinlich, nee, wir stehen noch nicht im Weg. Aber, das ist schon das ganze Hexenwerk. So, ist ein bisschen umständlich. Wenn ihr Tipps habt, wie ich das einfacher verändern kann, ähm, also wie ich einfacher das, ähm, das Füllgut verändern kann, dass der das richtig annimmt. Oder wo ich den richtigen Kompost herkriege. Dann schreibt mir das doch einfach mal in die Kommentare. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo oder Kommentar. Und bis morgen. Ciao. 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 . Ciao. . Ciao. .